Wir brauchen eine Versachlichung, wir brauchen eine Orientierung an den Problemen, an den Menschen, an den Schwachen, an denen, die umkommen. Wir reden über AfD und ich weiß nicht was und jede Woche ersaufen die Leute im Mittelmeer. Also ich muss doch mal die Prioritäten nennen. Und in Aleppo sind die Leute eingezwingt und kommen nicht raus und Europa wackelt. Wir müssen Prioritäten setzen, Prioritäten, das sind die Prioritäten.